Herr Schmeißer, ein bisschen dauert es noch, kurz über dieses seltsame Ding, das wir soeben gesehen haben. Ein Theaterstück, eine Performance, ganz genau weiß ich es nicht, war jedenfalls Teil meiner allerletzten Aktion der Schule für Dichtung. Nämlich eine kleine Akademie, großkotzig gesagt, zum Thema Groteske. Die Lydia Haider machte eine Klasse, dann gab es eine Online-Klasse, Stefanie Sagnagel, das glückliche Leben, eine groteske. Und dann gab es noch von der Dramatikerin, Rebecca Gricheldorf, lustige Tode, schwarze Monologe. Ganz kurz kann ich es dann vorlesen, aber zuerst Lydia, Gratulation zu diesem fantastischen Werk und deiner Truppe. Ich habe vor 100 Jahren Theaterwissenschaft studiert und war damals ein großer Fan von Peter Weiß, von Antonin Artaud und von Stücken, die in der Psychiatrie spielen, wo die Schauspieler in Weiß herumrennen. Und mir kam es vor, das war eine Art Familienaufstellung aus der Psychiatrie. Ja, definitiv. Aber das war zwei anderen Sachen geschuldet, nämlich, wir haben begonnen wirklich mit so Psychoanalyse. Wir haben uns am ersten Tag in der Schule für Dichtung da richtig reingefreakt in der Kur. Also, diese Klasse, die ich geleitet habe, da war ja das Ziel, sich über die eigenen Grenzen zu schreiben und deswegen mussten wir ja mal am Anfang herausfinden, was sind eigentlich die eigenen Grenzen und die ganz klar sich auch benennen trauen vor den anderen. Und da sind da schon Texte entstanden und am zweiten Tag dann noch ärgere. Und das waren so schwindelige Texte, wenn ich das sagen darf, aber so gute und die sich so hinausgelehnt haben, aus dem Fenster gerade bis vorm Hinausstürzen. Und dann, wo wir auch noch geschaut haben, wo wir überhaupt performen werden, also es war dem Raum und der Herangehensweise geschuldet, dass das dann so ein Psychiatrie-Stück geworden ist. Es ist ja nicht nur die Psychiatrie, sondern gleichzeitig ist es auch eine, nicht nur Familienaufstellung, sondern auch eine katholische Familienaustreibung. Und das ist natürlich dir geschuldet, oder? Oder war es der Gruppe ein Anliegen, den katholischen Schaß jetzt loszuwerden, ein für alle Mal? Das kam tatsächlich aus der Gruppe, aber wahrscheinlich, weil wir alle gleich sozialisiert und also, wenn man das hört, wie kriegt man denn das Katholische raus? Kommen alle vom Land, so wie es ausschaut? Nicht, also es gibt es auch in Wien, Halleluja! Ja, ich habe mich sofort wohlgefühlt, als Priesterseminarist, der ich einst war und jederzeit bereit bin für Christenverfolgung. Mir war das alles sehr geheuer, nicht ungeheuer. Aber eine andere Frage zum Thema Groteske. Ich habe mir das Thema deswegen überlegt, weil ich mich gefragt habe, was um Himmels Willen kann heute noch grotesk sein? Andererseits in der Form, die groteske Schreibe, andererseits groteske Inhalte. Weil, wenn man groteske jetzt nimmt, als eine von tausend Definitionen, es ist das Lachhafte im Bedrohlichen, es ist das Lächerliche im Unguten, das aber trotzdem zu einem Lachen reizt oder ein ziemlich kaltes Lachen vielleicht, dann haben wir ja längst den Alltag voller Groteske. Also, dümmstes letztes Beispiel, das mir sofort einfällt, Queers for Palestine. Also, grotesker geht es gar nicht. Das andere ist, dass eine Figur, Per-Ulbü-Figur von Alfred Chary, amerikanischer Präsident geworden ist und demnächst wahrscheinlich wieder werden wird. Also, die Wirklichkeit ist so monströs grotesk, dass die Dichtung ja nur mehr versagen kann. Weiß ich nicht, ob ich das zustimmen in allem, aber ich würde sagen, man muss ja auf das immer einlassen, weil so genau, also man kann das Grotesk gerne planen. Das hat man auch hier gemerkt, also wir als Gruppe haben eigentlich geglaubt, dass es viel lustiger ist und dass das so ins voll Düstere abgleitet oder in dieses, es war ja ganz still, ihr habt es ja alle mitgekriegt, das Gefühl war ja, man hat wenn, dann in sich hineingelacht. Es war schon zu lachen, ja auch, aber eine groteske Innenhaltung dann vielleicht. Löwinger Bühne war es nicht. Keine Löwinger Bühne? Vielleicht auch. Vielleicht kommt es irgendwann auf die Löwinger Bühne. Wenn wer da ist, bucht es uns für die Löwinger Bühne. Ja, ich wollte noch was ganz Wichtiges, ich muss alle Namen nennen, ich nenne sie jetzt alle. Katharina Appetauer, Christin Fiegl, Brigitte Guschelbauer, Susanne Hanl, Marlies Merkswohl, Martin Droger und Florian Untererweg, waren diese MeisterInnen, die ihr da gerade gesehen habt. Und ihr solltet die alle verfolgen, wirklich jetzt, mein Ernst, ich hatte noch nie so, ich habe es öfter schon unterrichtet, aber so eine Klasse hatte ich noch nie. Wir haben in vier Tagen mit komplett neuen Texten, das ist alles in den letzten vier Tagen entstanden, in einer Wahnsinnsarbeit und wirklich alles neu. Und ich glaube, man hat das auch gespürt, das ist sehr grotesk. Grotesk war. Ich möchte auch was Funktionales noch sagen, nämlich die zwei Klassen, die Online-Klassen, Sagnagel und Gricheldorf, die gehen noch bis 12. Juni. Also man kann da jederzeit auf die Seite gehen, als schulische Dichtung und seinen eigenen Sermon dazu schreiben zum Thema. Und man wird dann von den zwei TeacherInnen, oder wie wir es nennen, gereviewt. Ich möchte nur vielleicht ein, zwei vorlesen, es ist jetzt schon so spät, die mir sehr gefallen haben. Und ich glaube, der Steffi Sagnagel auch, aus ihrer Klasse das glückliche Leben, eine groteske. Die haben alle Pseudonyme meistens gewählt, von einer Kay de Blasberg, das perfekte Dinner. Lydia Fontan gießt Hartweizengrieß in die Vasen und Salz in schön parallel gezogene Wunden, hobelt den Parmesan von den Fersen, fährt mit dem Holzlöffelchen achten, achten durch die blutrote Soße und reißt gegen Viertel vor fünf den im Mondschein wartenden Barolo Reserva Monfortino auf. Der macht nicht, was er soll. Kurze Bündigung. Warte, du musst mal applaudieren. Auch sehr schön, von Himmelsbach. Das kleine Stück Susanne. Nach ihrem unfairen und schmerzhaften Tod am ersten Urlaubstag, beim Einsturz des gebuchten Drei-Sterne-Last-Minute-Glücks-Hotels auf Sri Lanka, stellte Susanne bei der zuständigen Ortsbehörde den Antrag auf Wiedergeburt. Zog ihn aber zurück, als er klar wurde, dass Wiedergeburt zwangsläufig auch zum Wiedertod führen würde. Vielleicht noch aus der Klasse Rebekka Gricheldorf. Was ist da? Das ist gut, da geht es auch um einen Tod. Eben, da geht es um einen schwarzen Monologe, lustige Tode. Von Pihammer 19, Beras Alvino. In der Kurve ein Baum, Birne, hartes Holz, das dem heftigen Stoß trotzt. Die letzten Früchte fallen vom Signalhorn aufgeschreckt zu Boden in die rote Suppe, schwimmen ungeschält neben rosa glänzendem Gewebe. Beras Alvino, ein köstliches Dessert, Krönung und Abschluss eines herrlichen Menüs. Statt Vanille-Eis und Zimtstangerln kleine Klumpen ausgetretenen Gehirns. Knochen, Zähne, Metallteile. Das Auto von Wilhaben, kein großer Verlust. Der vereiterte Backenzahn wäre ohnehin bald gezogen worden. Er hat sich erhoben, wollte den Spaß bremsen. Der altväterliche Zeigefinger schweig. Ich trat aufs Gas, mehr Wino als Beras Intus. Und dann in der Kurve ein Baum, Birne. Da ist noch was, mein rechtes Auge, Zeugin des Geschehens. Es wird als letztes geborgen. Danke, vielen Dank. Auch schön, oder? Gute Klassen, echt gute. Macht doch mit. Vielen herzlichen Dank im Namen aller. Danke an alle Mitwirkenden. Danke an Lydia Heider, an Fritz Ostermeyer. Und überhaupt wollen wir uns als Festival ganz herzlich bedanken bei der Schule für Dichtung und die nun schon seit Jahren bestehende Zusammenarbeit. Also danke Fritz. Danke Harriet Nachbarn. Wir machen jetzt eine Pause mit Umbau, Soundcheck. Könnte ungefähr eine halbe Stunde dauern. Und dann gibt es ein Konzert mit ESRAP. Vielen Dank.